Willkommen zu unseren Let's Play. Ich bin Brandon Heat. Und ich bin Nelly Zwar Sunstein. Und ich bin Tank Bull. Wir spielen jetzt die Mission Invisible Bear. Los geht's. Ja, man hat mich gebeten, dass ich Nelly's Gejammer über die panzerbrechende Munition mit reinschneide. Ja. Wenn ihr euch das Let's Play von Deep Fire anschaut, wisst ihr warum. Und, ja, panzerbrechende Munition ist hier für Nelly des A und O. Ja, das braucht jeder. Das braucht jeder. Ja. Bleiben Sie unsichtbar, aber sorgen Sie dafür, dass die Menge... Paxe, Krex, Helm. Was steht doch mit dem Dach? Da hat heute eine M60. Ja, das ist so! Ja, das hat sich für... Ich hab auch komischerweise nichts geschaltet als er mit dem Kopf. Wollt ihr? Ähm. Sie sind hinterher. Sie sind hinterher. Das Scheideverbrauchende eigentlich gar nicht so oft. Oder überhaupt gar nicht so oft. Oder überhaupt gar nicht so oft. vor Ort der Ex-Panzer ich hasse Panzer Lasse hat mich hinter dem Baum gesehen der Terminaloptik das ist ein Vorfall, ja das reicht wenn da minimal irgendwo rausschaust da muss nicht mal Alarm Kontakt direkt vor uns da drückt der Panzer sind die jetzt schon weg oder kommendierst? äh der ist schon weg nein der ist schon weg der ist schon da hinten da noch gar nicht mehr auf uns beide bin unterwegs ja wir sind wir sind jung und du bist alt wer bist du? Opa nicht auf den Panzer dafür sind wir nicht ausgerüstet wir schleichen vorbei fallen Kontakt gerade aus wo wollten wir überhaupt langlaufen? geht doch links außen stimmt da geht doch ist doch wesentlich einfacher nö das ist leichter wir müssen auch gar keinen film die haben eine NG-Stellung errichtet da müssen wir nicht aufs ZTK warten auf den müssen wir sowieso immer warten ich hoffe ich hab's mit der Hand dämpfen können nö scheiße ja wieso hat es dann nicht ge- ach no dann hat es ja nicht gehört aber nicht dass es dich geradeaus ins Ommige gehauen hat bei dir habe ich auf extra laut gestellt damit ich jeden mieser höre wo stehst du denn? zurück gleich sehen die Dämonen wo stehst du denn? oh my god ja das ist die einfache das ist viel einfacher wer schneller im Ziel aha ja ähm links rum ist unser Weg ja äh rechts rum scheiße hahaha ich häng dir an irgendwas jetzt auch passend die blick zu dir ist das ok du musst ja komm da hinten jetzt nimmt er den rechten Weg echt scheiß das ok ich hasse dich laufen geht noch nicht äh soll das ein Witz sein ich bin schon fast oben das sind höchstens 15 Stockwerke los besonders weil ich so ein fettes Gerät auf den Rücken habe gleich läuft bestimmt jemand von oben fett auf uns ja das macht mich einfach auf dem Dach abgesetzt hey wenn ihr den ganzen Tag nur rumsitzen wollt geht zur Air Force klar wenn ich den ganzen Tag Treppen steigen will gehe ich ins Studio Junge Junge ich kann es kaum erwarten wieder runter zu gehen ich bin schon fast oben wir sind oben ja weil ich oben bin bei mir sammeln wir gehen zusammen raus die Massen sehen übelst unecht aus ja ja alter was haben die denn für nen Helm auf und was haben die da für nen Anzug an mein Gott wie die scheiße aus hab Kontakt auf 12 Uhr 2 ja danke konnte nicht so weit um die Ecke gucken weil es doch die KM im Weg stand wer hat Brand-Oberation ich ich nicht schnappt euch auch mal einen Sniper nö Overlord Hunter sind auf dem Dach in Position verstanden Hunter Präsident Boludin ist angekommen und hat sich dem Zug angeschlossen sorgt dafür dass ihm nichts passiert wie ist die Sicherheitslage chaotisch mehrere Infanterieeinheiten sind in die Gebäuden verschwunden wo du wohnst 3 3 das ist der Tod ihr müsst mir ihr könnt mir ein bisschen helfen und sagen wo es leuchte die Bewege sind Kasper du hast die Drohne hoppla wo es blinkt im Haustritt durch die jetzt habe ich keine Handabrechner Munition darum kann ich nicht durch Deckung durchschießen wo ist der ah oberste Stock auf 9 Uhr sie sind auf dem Dach ein Scharfschütze und ein Heli wo ist er denn da hey ich hab hey ich hab ein bisschen Granate auf sie geschossen es ist einfach durchgegangen da laden ab das weiß ich sowieso nicht warum der dann gleich wieder abhaut ohne überhaupt irgendjemand anzugreifen ja mein Gott war das ein schlechter Schütze ja wir haben es gleich ich sitze fest halt durch ich komme ich hab hier in der Richtung wo sichern steht hier steht er auf beiden Seiten mit sichern ah scheiße auf den Sniper komm ah sche Ziel erledigt ja Aurelon der Weg ist sicher warte doch da stammt ein Hunter gute Arbeit wir nähern uns Spunkeroff ich hab das EMP ja ja ich auch wieso hab ich noch ne Rauchgranate mit ja hatte ich auch eben ja hatte ich auch eben ich frag mich was der eine Typ da von Handy hat unglaublich wir können beobachten wie sich seine Anhänger eng um ihn gescharrt haben und eine Art der Schildbild das ist ein Neuschiff vom Neuschiff das ist eine Unterstützung das ist ein Iphone 6 wir scheinen ihn unter allen Umständen schützen zu wollen auch wenn dazu derzeit nicht der geringste Anlass zu bestehen scheint und habt ihr auch die Tussi auch habt ihr ja das Wort war Wodka habt ihr auch die Tussi auf der Leinwand da gesehen Scotland stand da ey der Türgriff ey der Türgriff habt ihr den Türgriff gesehen alter den konnte man gar nicht mal greifen der war an der Wand der war an der Tür fest so verstanden die Kerle sollen uns nicht verfolgen sichert das Dach Vorsicht sie kommen setz dir hier ein der unter Beschussung kommt nicht verdammt sollt ihr schon da und nachladen in Bewegung Deckung ja direkt raus Ziel erledigt alles klar die sind am Ende ich hab nur noch ein EMP ich heb mir die für nachher auf oder ganze Haufen Dankeschön schaust nach links Sturmgewehr Ziel erledigt Ziel erledigt klar da oben ist noch mal Moni kannst du deine EMP ja dann auch wieder aufnehmen wo Lose entgehen wir Sturmgewehr Sturmgewehr Gegner erledigt EMP kommt Vorsicht Granate Vorsicht hinter uns Du steckst mich schwierig keinen Namen ey WTF ey guck mal was hier oh nein mich hat's auch erwischt ich bin getroffen getroffen auf der Kurs Liedländer Kör mal alle unten durch ja alle zusammen Lest die EMP ein auf das Lied besser verloren ist tot du bist tot toll ey ich hab's zugebracht wir müssen so wie vorher machen wir jetzt zusammenbleiben ja wenn wir versuchen die alle auf eigene Faust also wie ihr seht Teamwork ist sehr wichtig in der Mitte also dann alle sehr eng zusammenbleiben feuer Gegner bewegt sich Spenden gar keinen Eindruck sie hat mich festgenagelt ich kann nicht weg hallo EMP werfen ja hier ist drauf Beide fest zielt auf den Spenden Lade nach gibt Denkungen Gegner erledigt Sie müssen wissen dass ich eine Faust habe ich klage nach da zielt auf den was gemacht sie versuchen es von links wie sieht's aus erledigt genau gut bis jetzt ich hab noch nicht kontrolliert und die holen unten durch oben durch 6 Stück müssen wir auf jeden Fall nur töten mit äh das schaffen wir hier nicht mehr doch ganz am Ende ganz hinten kommen wieder viele ja ja klar dann kann man hier nochmal EMP nachholen Speerfeuer Ziel erledigt Gegner erledigt in Bewegung direkt voraus such dir Deckung den da ja lehre nach hallo ja achso ne bei mir ist bei der eine da nicht umgefallen irgendwie Angriff Angriff wartet jetzt keinen mehr töten ohne dass wir EMP geworfen haben hab EMP geworfen auf Gegner erledigt wenn du so weiter was geben die beiden auf noch vier Gegner erledigt erledigt er ist tot feine 3 Uhr es ist dann 5 Uhr wartet nein nicht film wartet ich hab keine mehr unterwegs ich auch nicht ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht aber ich weiß noch nicht ist das ein Boot da ja ist einer wirf da einen um die Granate hinter ab drauf Gegner erledigt ab scheitens passt er? ja äh nein geh raus ja zwei fehlen noch zwei fehlen noch bei mir gruppieren da kommen noch da kommen noch mal welche ja am Ende alle warten auf dich ja sogar 30k ja ich hab nochmal Muni aufgenommen nochmal 3 EMP Granaten das ja 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 und worauf steht das bitteschön das 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 ist das ist der der ist klar dass da nichts läuft so wie es soll so wie es soll in dem Glas ist nichts drinnen was süffelt er dann jetzt Textur vom Glas geändert wenn man auf die kleinen Dinger achtet dann sieht man so viel wenn man auf die kleinen Dinger achtet ja wenn die drauf achtet das Mikro ist auch nicht genau in der Mitte von dem Glas wobei das sicher so gedacht ist dass es in der Mitte sein soll ja eigentlich müsste den auch keiner hören weil der hat gerade das Mikro zugehalten und das geht in sein Gesicht rein wenn er mit dem Kopf nach vorne geht ja da war ich jetzt also wenn man auf die Kleinigkeiten nicht achtet kann man sich an den Zwischensequenzen erfreuen die langweilig sind wenn man so mehrmals gesehen hat das ist dann nur stehen langweilig 3 Uhr da bleibt 40 Millimeter dabei ich Kontakt leicht loslegen laut laut da lass ich noch mal warten einer mit leichtem MG so jetzt haben wir die meisten Lebenszeichen Sender unterwegs so wir sollten das mit dem Simultanschuss machen das sind zwei Ziele wir kennen noch zwei bei den Sunsecken wir machen jetzt einen Simultanschuss mit dem Granatwerfer nee hör mal auf markiert das mal nicht so dass die alle so kreuz und quer sind bei den Sunsecken für die Key nimmt die eins dann nehme ich die vier dann schalte ich gleich zwei aus was bei vier die beiden mach mal die ich hab die zwei und weh nur die sehen dich gleich Achtung die drei oh fuck Ziel erledigt weiter los stopp weiter los eh what the Alter mich hat irgendwas übelst schnell down gemacht Ziel erledigt Hilfe ich werde nach da los na los alles ok weiter oh hat sich erledigt also hier reise ich mit dem Sniper nicht mehr viel wechseln wir halt zur AN-94 Tick ich mach das Auto wir schaffen das nicht übernötig wir müssen weiter wir erhalten Verstärkung Schatz muss nachladen auf den Scharf schützen alles klar links im Haus ja oh ah ja genau ich komm oder 30k in der Nähe weiter weiter selber heidig der ist schneller als ich der ist schneller als ich hab wieder Licht alles klar fast geschafft nicht zack Sie gehen nach rechts Gegner mit Schild Sie gehen nach rechts Sie gehen nach rechts ach das ist dirty der war mir nur mit Schild Gegner erledigt Schwerfeuer auf 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 hallo ist ja noch jemand nein ich suche hier noch einen zum Nahkampffeld auf wir finden Zeit ja da beim Bus äh bei der Straßenbahn an D wir haben fast geschafft auf Verwägung leuchtet oben hock ensures wo haste oben wir from der tot ist da bet�� Machen wir mal, Moni Ziel erledigt! Wo liegt ein Moni? Die Luft ist rein! Zu mir! Komm in der Bodak? Jetzt! Pass auf! Sieht dasselbe Lied! Sicher nicht schlafen! Fahrzeug antreift! In Ordnung! Lade Nachdenkung! Direkt voraus! Feindliche MTB! Kann drausschießen! Er ist ausgeladen! Jawohl! Klar! Ich bin in der Nähe von Zeug, also in der Mitte! Los geht's! Da kommt noch Feuer! Hier auf das Fahrzeug! Runter! Auf 5 Uhr! Hier sind doch die Fahrzeuge! Die Soldaten kommen später! Ich suche den Weg! Ach, das ist gelanget! Auf 3 Uhr! Direkt beim Auto! Nimm das Geschütz da vorne! Geh in Position! Ich deck dich dann von der Seite! Links! Links von denen! Los macht ihr alle! Na ja, was war's! Warte, was macht die Brains? Drei Uhr! Ziel erledigt! Drei Uhr! Wir sind dort! Ziel erledigt! Lade nach! Hallo! Noch jemand da? Angreifen! Greife an! Kommst du mal zu? Das sind aber viele Russen! Klar, wir sind in Moskau! Je mehr wir auf uns ziehen, desto weniger Sorgen haben die Leute! Der ist hingefallen! Sehr schlimm! Der ist doch Grenade dafür schon was praktisches! Ja! Ja! Sack! Den brauchen wir dann auch im Haushalt! Ja! Ja, kommen sie! Ey, der ist schon! Lass die mal hier reinfahren! Direkt voru! Wer gegen einen anderen? Down! Gehen wir den Film mit den beiden Cowboys und der mexikanischen RB? Es fahrt die Bolivianische Armee! Du weißt, wie sie ausstehen, oder? Ja, aber unsere Sachen ist besser! Ja! Hasch und den linksbrennen! In Bewegung! Zentrum! Ziel erledigt! Direkt voraus! Jetzt kommen sie ins Schwitzen! Mein letztes Magazin! Sie von 509! Erledigt nicht! Erledigt nicht! Echt das Leer! Kontage! Da noch ein Panzer! Gegner erledigt! Wo? Ich meinte eben MTB verstanden gehört zu haben! Los geht's! Keine Ahnung! Ich auch nicht! Wir brauchen Munition! Wo war die Munition? Oh! Scheiße! Ach da! Er ist schon ein Polizium! Wir haben für die Granaten! Wir haben hier drauf! Aufmerksam! MTB! Ein Notschlag ist ausgeschlossen! Was? Du wolltest doch immer losflagen! Also! Schlag los! Laden auf! Ziel erledigt! Ein und ein geschlagen! Zurück! Er ist los! Aufmerksam! Hoppies! Kontakt! Direkt mal auf! Overlord! Der Konvoi ist außer Betrieb! Verschotten, Hunter! Wir können zum Beispiel vorhanden vorwärts! Ah! Jetzt habe ich auch die Herausforderung! Lassen Sie sich während des Einsatzes! Nicht von... Kein... Von keinem Sniper! Rücken! Okay! Und wie viele Brotachs passen noch? Zwei! Zwei! Frisch aufmachen! Frisch... Muniz... 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 Wie Sie sehen, hat die Menge Ihren Zug zum Präsidentenverlauf fortgesetzt! Doch! Äh doch! Und äh ja... Hatten wir auch geschafft, ne? Wir können eben sporadisches Gewehrfeuer und Explosionen oder vielleicht entfernte Artilleriegefechte! Aber bisher konnte der lange Zug ohne den geringsten Zwischenfall mitten durch Moskaus Innenstadt marschieren! Zu diesem Zeitpunkt glaube ich, dass die Putschisten ihre militärische Unterstützung verloren haben! Die Schüsse, die wir hören, könnten durchaus von, äh, internen Kämpfen ihrer Anhänger stammen! Klar! Wir haben Berichte über... Die wollen einfach nur Urlaub machen! Und die kommen uns dazwischen! Und die kommen uns dazwischen! Sie sind nicht mehr weit vom Palast entfernt! Sind das! Das Dach! In wenigen Minuten sollten wir eine gute Vorstellung davon bekommen... Alter, die werfen da immer mit Böllern und so in die Mitte! In die Menge rein! Oh! Das ist, als ob sie ihre eigenen Leutebomben verdienen! Ja! Arme Leute, ey! Stamm aktiviert! Stimmt, da sind jetzt Böder! Lala! 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 Jawoll! Ja, wir haben das! Hast du das auch noch nicht? Nee, ich hatte das nicht. Ziel erledigt! Oh! Wie ich sehe, sie haben es geschafft! Yay! Und nachladen! Wir haben es fast geschafft! Direkt vor uns! Wir müssen da los! Flankieren, sieht man rechts! Wow! IMP fliegt! Verstanden, IMP! Wir klupen IMP entgegen! Ziel erledigt! Ziel erledigt! Bestekte Schwierigkeiten! oder ein Teil das heißt dass die Ecke hinrichten wenn man hilflos am Boden ist machen so ach das ist ja auch genug weiter den dort man nicht leben lassen ich kann aber bei ihr die Kruz erwarten dass er die Gegner dumm genug sind Nö. Ne, also wie ihr seht haben sich auch eine gewisse Grundentilität. Keine Muni mehr. Ich hab immer noch die Herausforderung. Ja, ja, wenn du einmal ich schafft hast. Das sind nicht ihre eigenen Streffen. Alter, die haben gerade ihren eigenen durchlöchert eigentlich. Er hat einen MG, vorwärts. Sie gehen in Deckung. Wir müssen da durch. Sie bewegen sich. Achte doch nicht. Spezialeinheit. Ja, du brauchst doch die Usas. Da kommt ja wieder der Hässliche mit seinem Schild. Danke Brandon übrigens. Scheiße, ich seh nichts. Ja, ich seh wieder was. Jetzt hab ich ein Schild ausgeschlagen. Kontakt. Nö. Nö. Ne, der. Wo bist du? Granate ist... Okay, ich mach das. Warte, ich mach das. Warte, ich mach das nicht. Euer Freund. Guck das kann ich auch nicht. Was? Ich suche Deckung. Ich kann nicht durch so ne Scheiß Tische durchschießen. Hey, nehm ich den Spätzner. Da ist nur eine. Ja. Der hier. Ich hab ihn. Was ist denn das? Oh, ah 91. Das gefällt mir. Das gefällt dir. Ja, das ist mit Abstand die beste Waffe von der Bodak. Wie man so sieht, also diese Uplay Waffen, die man kriegen kann, sind nicht unbedingt nutzlos. Wieso hast du ja nicht den Griff mit zwei Beinen dran? An der M60. Oh, ich hatte das mal so versucht. Man hat ja selten immer genug Zeit, das zwei Beinen richtig zu positionieren. Naja, aber trotzdem, da ist beides dann drinnen. Ich geh immer als erstes. Ihr kommt erst als letztes. Du bist auch der, der meint am wichtigsten zu sein. Ja, ich bin der Nigger. Ja, du hast Minderwertigkeit, Komplexe, weil keine Panzerbrechende Munition hast. Ja. Deswegen lassen wir dir meine Forderung. Ja, da feigst du. Also ich hab durch alles mögliche durchgeschossen und ich hab keine. Ja, pö, du hast auch einen MG, Alter. Also wie es hier jetzt, Nelly stinkt es ziemlich, dass er die Panzerbrechende Munition hat. Ja, die haben auch bestimmt alle, alle da ähm, Panzerbrechende Munition. Wir kommen. Wir öffnen die Tür, aber wir gehen nicht rein. Sieht recht stabil aus. Die Wände sind dünn genug. Und wieso haben die eine Side-Down wir nicht? Ja, wir haben extra 50 Wellen überlebt. Und dann haben wir nichts mehr dafür bekommen. Bin bereit. Bin der voll durchgeladen. Hab ich. Auf mein Zeichen. Los, los. Nein. 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 Bäm. Warte. Habts. Was war denn das für ein verpacktes Sch... Was war denn das für ein verpacktes Sch... Was war denn das für ein verpacktes Sch... Alte, hab... Was war denn das denn? Ja, keine Ahnung, das sah echt komisch aus. Ich hatte den hinterm Sofa eigentlich auch schon ausgeschalten. Und dann... Aber er hat dann doch gelebt. Und ist wieder aufgestanden von dem Tod. Untertitelung des ZDF, 2020